Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem Video, in dem mal nicht der Hunter oder der Alex Nehme sind, sondern ich bin einmal hier alleine und möchte euch das Spiel Stella vorstellen. Stella ist ein Spiel vom Libelüt Verlag, einem französischen Verlag und der Autor, die Autoren heißen Gérard Cotiot und Jean-Louis Roubiron. Er erzählt mir mein Französisch, ich hatte das nie. Der Illustrator ist natürlich bei Stella auch besonders wichtig, das ist der Jérôme Pellissière. Warum ist es wichtig? Stella spielt im Dixit-Universe und viele von euch kennen wahrscheinlich Dixit schon. Ein Spiel, wo das Artwork der Karten wunderschön ist und genau dasselbe haben wir in Stella auch. Wir haben neue Dixit-Karten und was auf jeden Fall einen Vorteil bringt, da man die Spiele miteinander kombinieren kann. Aber jetzt stelle ich euch erstmal Stella vor. Das Spiel ist zwischen drei und sechs Spielern spielbar. Es ist ab acht Jahren plus und 30 Minuten dauert ungefähr eine Partie. Stella wird in vier Runden gespielt und wie der Aufbau und der Rundenablauf ist, den zeige ich euch jetzt einmal in der Top-Down. Ihr seht hier einmal Stella aufgebaut. Wir haben drei Reihen mit jeweils fünf Karten. Und oben legt ihr eine Begriffskarte hin. Die sind doppelseitig. Da könnt ihr euch auch aussuchen, welchen Begriff. Jetzt haben wir hier den Begriff Traum. Jeder Spieler hat jetzt die Aufgabe, die Bilder, die er mit dem Wort Traum verbindet, anzukreuzen. Ich bin jetzt einmal der Spieler Schwarz. Ich sage hier, das ist ein Winter Traum. Hier eine Schatzreise kann auch ein guter Traum sein. Dann würde ich auch mal sagen, dass dieses auch sehr gut passt für einen Traum. Und sagen wir mal hier, der Zeus ist auch noch sehr traumhaft. So, die Hoffnung ist natürlich erstens, dass ich nicht die meisten Kreuze gesetzt habe. Denn derjenige, der die meisten gesetzt hat, der wird auf die andere Seite mit seinem Chip gelegt, sodass er nur die halbe Punktzahl bekommt. Die zweite Sache ist, dass ich möchte, dass möglichst viele meiner Kreuze mit den anderen korrelieren. Also, dass die anderen dieselben Kreuze gemacht haben wie ich. Und am besten ist es sogar, wenn nur ein einziger Spieler außer mir auch noch ein Kreuz hat. Also, nur zwei Spieler haben dann ein Kreuz und dann kriegt man noch immer mehr Punkte. Nachdem jeder also verdeckt für alle unsichtbar außer für sich selber seine Kreuze gesetzt hat, die werden auch immer noch nicht aufgedeckt, sagt jeder, wie viele Kreuze er gesetzt hat. Da sage ich, ich habe vier gesetzt, lege meinen schwarzen auf die vier. Der Orangene sagt, er habe drei. Der Blaue sagt, dass er fünf hat. Und der Grüne Spieler sagt, dass er vier hat. So, jetzt haben wir hier die Situation, dass der Blaue Spieler die meisten Kreuze gesetzt hat. Und da er der Einzige ist mit dieser höchsten Kreuzanzahl, wird er umgedreht. Hätte Grün jetzt aber auch fünf Kreuze gemacht, dann wären beide immer noch auf der richtigen Seite mit der richtigen Punktzahl. Genau, also Blaupor kommt nur die halbe Punktzahl. Und Orange ist Startspieler und beginnt jetzt, eins seiner ausgewählten Bilder zu nennen. Er sagt zum Beispiel, okay, am wahrscheinlichsten, dass es jemand anderes hat, ist dieses Bild, weil das hat was mit dem Bett oder mit einem Kissen zu tun und stellt da die Lampe drauf. Und da sagt der schwarze Spieler, ja, habe ich auch, aber die anderen beiden Spieler nicht. Da haben wir nämlich einmal schon die Situation Superfunken. Da bekommen beide Spieler nämlich drei Sterne. Die können dann Orange und Schwarz hier einmal auf ihrem Tableau markieren als Punkte. Das macht der Schwarze eben auch. So, und dann ist der nächste Spieler dran und zwar Blau. Blau versucht auch wieder eine Karte zu wählen, wo er denkt, die anderen haben das auch. Wählt Blau jetzt aber hier dieses Kreuz. Sagt also, diese Karte, die habt ihr bestimmt. Sagen alle, nee, haben wir leider nicht. Dann funktioniert es so, dass er abstürzt. Er bekommt ab sofort keine Punkte mehr. Die Punkte, die er bisher schon bekommen hat, behält er aber. So, das heißt, er ist jetzt einmal raus. Und es geht weiter mit Grün. Grün sagt, na gut, dann habt ihr vielleicht hier das obere. Das wäre hier das erste Bild. Und Schwarz und Orange sagen, ja, das haben wir auch. Auch Blau sagt, dass er das hat, denn so wird verhindert, dass zu viele Superfunken entstehen. Also auch abgestürzte Spieler können auch sagen, nee, du kriegst eben nur zwei Punkte statt drei. So, hier ist nämlich der Fall, dass es eben kein Superfunke, sondern ein ganz normaler Funke ist. Und alle Spieler, die diese Karte gewählt haben, kriegen dann zwei Sterne. Wenn man, wie Blau vorhin, die meisten Kreuze gesetzt hat und eben nur die halbe Punktzahl bekommt, dann hätte er nur einen Punkt bekommen. Aber dadurch, dass er abgestürzt ist, kriegt er gar keine Punkte mehr. Das wird so lange gemacht, bis irgendwann tatsächlich alle abgestürzt sind, weil es einfach keine Überschneidungen mehr gibt oder einfach alle Kreuze schon genannt wurden. Und dann ist die erste Runde vorbei. Nach der ersten Runde dreht ihr einmal das Plättchen hier um und könnt sehen, welche Karten ausgetauscht werden. Die untere Reihe wird also einmal ausgetauscht, dass ein bisschen mehr Vielfalt in den Karten ist. Und ihr könnt dann mit der Runde zwei beginnen. Nach vier Runden ist dann das Spiel vorbei. Und wer die meisten Punkte hat, der gewinnt. Eintragen könnt ihr das hier auf der Tabelle. Wenn man das jetzt einmal für den jetzigen Stand anschaut, wären das hier eben fünf Punkte für schwarz, drei Punkte für orange. Jetzt haben wir natürlich die Runde nicht ganz zu Ende gespielt, aber so könnt ihr das einmal sehen. Und in dem großen Stern hier unten, nach vier Runden könnt ihr dann die Summe stimmen. Wie ihr sicherlich schon gesehen habt, das Material bei Stella ist einfach grandios. Ihr kennt schon die Dixit-Karten mit ihrem wunderschönen Artwork und der unglaublichen Fantasie, mit der sie gestaltet sind. Da gibt es auch einen ganzen Haufen neuer Dixit-Karten. Und das macht Stella auch so toll, dass man, wenn man Dixit ohnehin schon zu Hause hat, Stella mit eben noch mehr Dixit-Karten spielen kann. Oder andersherum Dixit noch mit den Stella-Karten spielen kann. Also man kann es schon so ein bisschen wie eine Erweiterung zu Dixit sehen. Nur, dass man noch ein kleines Spiel mit dabei hat. Und gerade für diejenigen, die mit wirklich noch kleineren Kindern spielen möchten, oder irgendwie besonders Nichtspieler, denen es auch trotzdem noch schwerfällt in Dixit, irgendwelche Begriffe zu ihren Karten zu finden. Da ist Stella einfach die beste Lösung, denn da funktioniert der Mechanismus ja genau andersherum. Man hat einen ganzen Haufen an Begriffen, die dann schon vorgegeben sind und muss einfach nur zu einem Begriff, der vorgegeben ist, Bilder assoziieren. Und gerade für kleine Kinder ist es natürlich sehr viel einfacher, da sich die Bilder rauszusuchen. Und ja, die abwischbaren Karten sind auch wunderbar. Hier diese Tableaus, die sehen echt toll aus. Sechs Stück gibt es natürlich für jeden Spieler eins. Das Material, wie gesagt, tip top. Das Einzige, was ich bemängeln würde, ist die Verpackungsgröße. Also da ist halt auch wieder diese Plastikeinlage, sodass sehr, sehr viel Luft in der Packung ist. Da hätte man sich auf jeden Fall noch was Platzsparenderes ausdenken können. Das ist so ein kleiner Minuspunkt, den ich habe. Ja, und ansonsten, Stella hat super viel Spaß gemacht, obwohl wir alle Erwachsene ohne Kinder am Tisch waren. Und die Frage, bleibt es im Regal? Das haben Hunter und ich tatsächlich so beantwortet. Also es ist ein Muss, wenn man wirklich dann mal mit Nichtspielern spielen möchte. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel eher der Kenner-Expertenspieler bin, brauche ich es persönlich nicht im Regal, auch weil ich keine Kinder habe. Aber gerade Hunter, weil er auch Kinder hat, würde es auf jeden Fall mit in seiner privaten Sammlung behalten wollen, wenn das ein Kriterium wäre. Genau, deswegen schaut euch Stella an, wenn ihr jemand seid, der gerne sehr einfache Familienspiele spielt. Das ist dann auf jeden Fall meinen Blick wert. Und ich hoffe, euch hat diese Review gefallen von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, was ihr für Vorschläge habt, für Verbesserungen und was wir noch rezensieren sollen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.